Einfach nur Hobbylust, die Leute. Mann, Mann, Mann. Alter, Alter, was geht hier ab? Ach, ich kriege Plack. Ich kriege Plack. Start. Starten. Chrono, starten. Ähm, ich habe vor, das Overlay so umzugestalten, dass es von oben nach oben geht, weil die Leute immer meckern, die können die Außenspiegel nicht sehen. Na? Alter, was ist hier los? Von oben nach oben. Ja, das ist, was online gezeigt wird, weil die Leute immer meckern, dass der Außenspiegel nicht zu sehen ist. Im Stream. Also, ich kriege Plack. Ja, dann viel Spaß. Ich teile dann nur hässlich aus, ne? Ich kriege Plack. Ich kriege Plack, Alter. Jetzt muss ich Steam auch noch starten. Also, quasi gleich auf den nur halt anders, äh, von, äh, hier quasi sortiert halt. Können die Leute so viel meckern, wie sie wollen. Okay. Ähm. Geht ja schnell. Ich habe die Elemente ja da. Ja, ich schaue mir den Banner jetzt gerade an, Alter. Mach das. Joa. Warum läuft da keine Musik? Achso. Close. Schön, schön. Ihr könnt mich reichlich vertragen. Ich bin da nichts flood liksom. Okay, cool. Ich habe das eigentlich so übernahm, was der da auch drin hatte. Yep. Und halt etwas aktueller. Sieht geil aus. Mit welchem Programm machst du das? Mit, mit, äh... Photoshop. Photoshop. Schocken Alter, was ist denn für ein Scheiß hier? Hilfe! Hilfe! Weg damit! So! So! F***! Übe dahe! So! Jetzt gehen wir mal wieder rein hier Ich muss am Windamp auch noch fahren Was hast du gegessen, Junge? Ich hab zwei miteinander Cornflakes gefressen So! Cornflakes Cornflakes Nee, ehrlich nur morgens Cornflakes So! Was für eine Fackel? Oh, was ist das hier, Alter? Boah! Was boah, boah! Hier ist ein Zwurm Höhöhöhö Grüchtplak So, Brabi, du kommst bestimmt auch noch da in den Klaben, ne? Was, wohin? Bifog Renato, wieder alle Achso Oh, zwei Jus'er sind schon für online? Was? Hi! Willkommen zu meinem Geburtstag! So! Das geht ja ratzfatz hier Ähm... Ich starte jetzt gleich ETS 2 Und dann fahren wir weiter jetzt Was ist da los ist? Boah! Was ist da los ist? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Wie viel? Ja, nicht viel, ich spiele mit Priel hier So... Dann haben wir die noch rein Und dann... Uh... Es geht auch wieder nicht Alalalalalalala Trischplak Trischplak, alter Viel zu viel Plak, oder? Jaa So... Bravi Wat? Okay, ja Lübt Lübt Jaa Mount your friends Das ist auch ein geiles Spiel Okay Da schwingt der Lümmel Da schwingt der Lümmel Das ist ja quasi... Da ist so ne Ziege Und du musst halt immer, äh... Da schwingt der Lümmel Das ist kein Witz, ne? Doch schwimmt der Igel hier Lass ihn schwingen Und lass ihn spüttern, alter Ne, deswegen musst du auch dein Alter angeben Wenn du auf die Seite gehen willst Okay Here we go Jaa Gesrichter Oh 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 Das habe ich schon in mein Liquid aufgebe, ich fülle dich an. Der ist doch gerade live, ne? Ich? Ja. Der Pizzmeat ist gerade live, oder? Was ist Pizzmeat? Ja, der ist gerade live. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, auf Twitch ist doch egal. Was ist der Twitch? Der Pizzmeat? Was? Pizzmeat ist ja eine Truppe. 5... 6.000... 5.000... Gute Nacht. Wer ist Gute Nacht? Eddie. Oh je. Hi. Bitte heute auf freundliche Basis, ja. Wenns geht, ja. Hopp was zu reiern, äh, zu feiern. Zum reiern? Okay. Zigarette funktioniert, passt. Ich glaube ich muss mir heute mal ein Bier holen. Matten, Alkohol rein. Ich habe ungefähr noch drei Bierchen da hier. Ein bisschen wenig, ne? Ey, ich hab drei Kästen da. Aber ich will mir ja nicht tot saufen. Nee. Nur der LKWs rum. Piech plack, alter. Ne, ne, das mache ich an meinem Geburtstag auch nicht, so ist es nicht. Ich fahre für dich mit. Alter, hier rammelt's. Du rammelt! WTF? WTF? Alter! Wo bin ich eigentlich? In Rotterdam! Ja okay! Kein Wunder, dass du rammelt! Rammelt! Rammelt und verriebt! Rammelt und verriebt! Wir hauen dem Rabi auf die Knolle! So, ich muss jetzt da nur irgendwie was machen... ...müsste irgendwie einen Text einfügen... ...hinzufügen... Fensteraufnahme! Yeah! Ne Fensteraufnahme, ja! Du hast Musik kostenlos downloaden unter... ...hast das M bei Musik klein geschrieben und den Rest komplett groß! Jaja, mach ich! Habe ich so gemacht! Sieht so lustig aus! Pfff! Scheiße! Dreck! Nein, bleib grün, du Arsch! Okay! Was haben wir eben gesagt? Die Ampel! Ja, was haben wir eben gesagt? Scheiße mit der Scheiße, ja! Blöde Ampel! Nein, nein, nein! Blöde ist ja okay, ne? Aber den Rest bitte weglassen! Meinst du mit... Sch quiero heute Radio-PS oder Milعدden, ja? Sch... Von mir aus kannst du ja SCH sagen und dahinter... ...tausende von Punkten! Sch-sch-sch-sch ...sch! Dieses Wort ist leider sensibel. Könnte ich da, würde ich es machen. Böses, böses Wort. Was hat man da... Ich hab da hinten so ein Korb für eine Katze. Alter, ist ja mal geil mit den England-Dingern. Ich bin ja nicht aus England, ich würde ein Deutsch drauf haben, Alter. Hat mich drauf. Aber nicht. Schwarz. Gelb und Rot. Alter! Deine Waren. Schwarz-gelb-rot ist doch falsch in Flagge, theoretisch. Und ich bin nicht gut leider. Bescheidendreck. Schwarz-gelb-rot. Schwarz-gelb-rot. Schwarz-gelb-rot ist ein Unterhalt. So, ähm, das machen wir jetzt noch ein bisschen. War Krischplatte, ja, mein Freund, aber sowas von hier. Unterstrichen. Okay. Also von dem Jungen da, der eben in TV war, von dem Krioner bleibt da. Und das mit 15 Jahren, ne, also. Ja, mit 15 Jahren, mein Freund, F10 und... Ja, das sag ich jetzt hier nicht öffentlich, was er da gemacht hat. Scheiße. Er hat eine alte Webgebung. Zensiert. Ja. Eine? Über 70. Was? Drei Stück, drei Stück die Woche. Ach, ne, danke. Bisschen aktiver. Ja. Zensiert. Ganz sensisch, ich glaube, ich schadet hier mehr. So, wo seid ihr? Oder seid ihr noch gar nicht da, oder? Mannheim. Mannheim, naa. Ja, okay. Äh, noch hupfen mal rüber, ne? Hupf, hupf. Mal hupfen mal rüber, ne? Hupf, hupf, die neue deutsche Ritter. Bist du mal schlumpf, oder was? Hupf. Na, hupf her rüber, ja. Ne, 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 ich bin einer von diesen, äh, Jumpschlümpfen da. Wie haben die geheißen? Diese Gummibärchen. Nein, wir haben die geheißen. Wir haben die geheißen. Ach, scheiße. Egal. Die Schlümpfe? Ne, nicht die Schlümpfe. Was geht denn mit euch, die Schlümpfe? Die Gummidinger da. Gummibärchen. Ach so, die Schlümpfe. Die Gummibärchen, ja, genau. Genau. Gummibärchen, ja, ne, 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 na, ne, war einfachara. Genau. Ja,小心. Und wenn du sie wollen... Sa, ha, 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 da, 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 la, da, 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 da. Ich kennen sich ja einer aus. So. Klar, die hab ich früher auch mal geguckt. Einen User haben wir schon, dass wär ich selber sein? Höhöhöhöhöh. Schh. Ey, dein Story. Okay, ich bin der Mannheim. Ich auch. Mannheim. Ja, der ist ja eh schon, der Nico. Denn, Niko. Ja, ja, du mir. Das ist meine kleine Limmung. Big Nudel Tüttling. Die Schriftart brauche ich also. Vorhin hat sich einer Weißbrot genannt. Wie habe ich ihn genannt? Schwarzbrot. Ja, esse ich gerne mit Nutella. Warum habe ich keine Musik, Alter? Moment. Ist noch rot, ich sag dir, wenn es grün ist. Jetzt ist es grün. Ach, scheiß drauf. Ausführen. So, jetzt hat, jetzt hat, jetzt geht das hier. Jetzt geht es rund. Ja, muss ich erst einmal schauen, ob es rund geht. Warte mal. Ah, ja, es geht rund, ja. Ja, ja, es geht rund. Kann man ja so machen, guck mal. So, und jetzt hier im Kreis fahren. Oh, ich schau dir das an, wie das rund geht hier. Mein Hauptverhandel, mein Schatz, schlummert. Gut, einmal runter auf Gang 4. Du musst es machen. Also, treffen wir ins Werkstatt, oder? Ja. Nein, ich stoße gleich da so. Bitte bleib grün, bitte. Oh, er hat die Englernklappe drauf. So. Oh, 64 Euro, Alter. Oh, heavy. 64 Euro, Schaden. Das ist ja viel. Ja. Du hast jetzt schon wieder kaputt gemacht. 64 Euro. Eigentlich gar nichts. Äh, nee, ich bin es nicht. Also, wer ist hier online? Gib dich zu erkennen. Werf den Purchen zu... Also, ein Zuschauerhaus auf jeden Fall. Alter, was macht der? Was macht der Prime? Fangen wir schon wieder gut an? Er dreht erst mal. So, da warte ich jetzt einmal auf euch. Der Nico hat mich halt schon gefragt. Und streamst du heute wieder? Ich so, äh... Keine Ahnung, ich habe... Ich feiere heute noch Geburtstag. Dann, wenn die Zeit ist erlaubt. Genau. Oh, der Z. Ah, guck mal, hat jemand was denn Z geschrieben? Du Dett. Bist du mit Deppern oder was? Ich guck mir den gerade noch an. Ich guck mir den gerade noch an.